Nachdem alle Formschablonen erstellt und die ersten Ersatzbleche umgeformt wurden, kommen wir zu dem vorderen Teil des Kotflügels. Der vordere Teil wird ebenfalls noch einmal in einzelne Teile unterteilt, da die Form sehr komplex ist. Das vorgeschnittene Blech wird im ersten Schritt mit der Hand so zurechtgebogen, dass es schon einmal die annähernde Form erhält. Durch das Anhalten an die Grundform erkennt man sehr einfach, an welchen Stellen das Blech noch einmal nachgeformt werden muss. Ziel ist es, das Blech so weit zu verformen, dass die Grundform schon sehr nah an der finalen Form angeglichen ist. Auf einem Sandsack werden nun die Bereiche mit einem runden Holzhammer getrieben, die später leicht gewölbt sind. Das Treiben erfolgt in kleinen Schritten und stückweise, damit das Blech nicht zu sehr verformt wird. Während dieses Treibvorgangs wird das Blech gestreckt und verformt sich dadurch leicht. Deshalb werden die Ecken leicht nach außen gedrückt, damit das Blech die eigentliche Form wieder annimmt. Um die Form etwas genauer in das Blech zu treiben, wird mit einem Kunststoffhammer das Blech in eine Hohlform aus Holz getrieben. Diese Aussenkung in dem Holzblock hat in etwa den Radius, den das Blech am Ende annehmen soll. Zwischendurch wird das Blech immer wieder angesetzt und mit einer Treibschablone geprüft, an welcher Stelle noch etwas nachgetrieben werden muss. An der anliegenden Treibschablone kann man sehr gut ertasten, welche Stellen zu flach oder zu hoch geformt wurden. Nun werden die Ränder an der Stauchmaschine etwas gestaucht. Das führt dazu, dass die Ränder leicht abgerundet werden. Auch diese Stauchen erfolgt in mehreren Durchgängen, um das Blech nicht zu sehr zu beanspruchen. und die Ränder einstellen darf sich um den Ränder nach dem Ränder zu haben. Danach wird das Blech noch einmal mit der Formschablone überprüft. An einer Stelle ist die Form noch etwas zu flach und muss daher etwas herausgeformt werden. Das wird am Sandsack nachgearbeitet und das Blech an der Stelle etwas mehr herausgetrieben. Um zu sehen, ob es nun passt, wird das Ersatzblech noch einmal angelegt und überprüft. Das Ergebnis ist schon sehr gut, denn noch fehlt an manchen Stellen noch etwas Nachtreiben. Deshalb wird das Blech noch einmal auf dem Holzblock in die Mulde getrieben. Die Mulde 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das finale Umformen und Glätten wird an der Rollenstreckemaschine, dem sogenannten englischen Rad, durchgeführt. Das Blech wird bei leichter Spannung zwischen den Rollen durchgeführt. Die untere Rolle ist an den Radius des Ersatzblechs angepasst. Durch den leichten Druck glätten sich die Treibbollen aus dem Blech. Das Blech erhält eine immer glattere Oberfläche, erhält aber die geformte Wölbung. Das Blech wird an der Rollenstreckemaschine. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Der Rand entlang des Radlaufs wird an einer Sickenrollenmaschine umgebördelt. Eine schmale Rolle oben und eine breite flache Rolle unten ermöglichen es, in mehreren Durchgängen das Blech umzulegen. Der Rand entlang des Radlaufs wird an einer Sickenrollenmaschine umgebördelt. Überstehende Blechkanten werden mit einer Blechschere abgeschnitten. Wieder ist ein weiteres Ersatzblech für den vorderen Kotflügel fertig. Im nächsten Zug wird das anliegende Blech geformt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017